Wir bedanken uns für die Nominierung bei der Cold Water Challenge bei der Musikkapelle Bernitz und bei der Musikkapelle FUT und lassen die natürlich nicht auf uns sitzen und zahlen sicher keine zwei Kisten Bier und haben uns beschlossen, wir machen eine Very Cold Water Challenge im wunderbaren Weitmannsbach, 7 Grad, ganz warm, gemütlich eigentlich, und wir nominieren weiter die Musikkapelle Rohr und die Trachtenkapelle in Wiesenbach. Wenn ihr noch vor einer Woche kein Video auf Facebook oder YouTube stört, dann müsst ihr uns zwei Kisten Bier zahlen. Wir freuen uns schon, dass ihr alle auf unseren Kito kommen werdet, am 22. bis 24. August, durchgehend. Danke! 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018